Geh deinen Weg, sag mir, wo ist dein Weg? Also, ich sehe was, was du nicht siehst und das ist groß und rot. Das Auto. Das Auto ist rot, aber es ist nicht groß, es ist klein. Das Haus. Ja, richtig. Du bist dran. Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist groß und klein. Ich glaube nicht. Ah, ich sehe was, was du nicht siehst und das ist groß und gelb. Das Haus. Ja. Das hier ist die August-Strausberg-Gasse 23. Aber wo ist der Fahrradladen? Hier ist kein Fahrradladen. Ja, aber wir sind richtig. Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist nicht da. Die Adresse ist falsch. Es gibt hier wirklich keinen Fahrradladen. Es tut mir leid, Nico. Komm. Ich sehe, 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 ich